Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Ja, ja, ja. Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Ja. Pff. Yeah. Ende. Oh. Ich bin selber nicht. Malek. Das sieht aus als... EIN LEG! EIN LEG! EIN LEG! Und äh... AAAAAAAA! Du hast das Spiel kaputt. Du willst mir gerade sagen, dass das mal ein Fuh? Oh, nö. Warum die? Wie ist das so late? Wollt ihr nur warnen, Alter? Du darfst nicht alleine warnen in der Hintergrund stirbst du. Ja, vorhin war ja noch Shadow da, plötzlich war weg. Hey, hello. Ich bin hier oben. Ich muss mich mit Game Design prügeln. Glaubst du mir, dann macht das Spaß? Hahahaha. In jedem Fall bin ich nicht alleine. Wihihi! 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 Das ist übrigens... Ich kann dieses Missing No benutzen, by the way. Uuuh! Den hau ich jetzt mit... Nee. ...mit einem Missing No. Oder auch nicht. Nee, der muss sich... Nee, der muss sich überhaupt nicht kriegen. AAAAAAA! Der verunacht hat dich. ÄH! Nein! Ich hau ihm den Missing No! Hahahaha. Aber der steht wieder auf. Muss aufpassen. Nee, tut er nicht. Doch. Nein. Ganz bestimmt, der steht wieder auf und dann kommt er dich holen. Hahahaha. Ist das ne Alffigur? Ne Alfpuppe? Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Hä? Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Magic. Wie bist du da rausgekommen? Minigolfmagie. Warst du zurück in die Zelle? Willst du meine Antwort hören? Willst du sterben? Oh, musst du schon früher aufstehen. I love this. Wo ist der hin? Ach, das ist von Mario Party 9. Ehh. Stop it here! AAAAAAA! 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 Was war das? Der, der fucking swan tafter! ... aaaaaaaargh! Er hat so extreld belepackt... E-'the E號a'ser. Yo! Habt ihr das gesehn? Da klappt das! Oh bitte, klappt das einer! No, no. Ja, meine ist besser. Hast du das gesehen gerade? Kann das einer klippen? Ich mag die Frau im Hintergrund nicht. Oh mein Gott, kann die nicht so gucken? Die kann auch nichts mehr retten. What the fu- Guck mal, ist doch ganz einfach, wenn man einmal für eine Sekunde den Kopf anmacht. Was habt ihr nicht gesehen, Chat? You didn't see anything. Ist gerade ein Vogel hier reingekommen und habe mich untergestoßen. Das ist passiert. Für diejenigen, die Fragen haben. Guckt's im Replane an. Wehe, einer klippt das. You blocked this asshole. Eat shit and die. Nein. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht. Und wie das auf der Karte steht. Asignat. Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller um meine Flitte zu holen. How dare thee. Bye, have a great day. Ihr fahrt einfach durch. Jetzt nicht mehr. Never mind. Ich hab's noch nie mehr mehr What the fu- I'm not wegzufahren. Dich krieg' ich. Dich komm' ich holen. Waaaah. Waaaah! 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 Jah, ein bisschen merkwürdig. Ich habe es eigentlich gut oben runter gespielt und die so, Ich bin Irelia, ich gewinne trotzdem. Die scale dich halt weg. Tschüss. Die scale dich halt weg. Du kannst nicht einfach sagen. Die scale dich halt weg. Blöscht. Oh ja, das ist wieder Powersword. Nice. Ja, das ist okay. Weißt du, mir geht's gut. Komm. Oblivion, take me. Ich verliere eine Münze. Take me. I surrender to Oblivion. No. Retire. Headshot. Double kill. Oh my god. Oh my god. Double kill. What the fuck? Shadow hat den weggespürt. Er so fein. Das ist glaube ich so der OG unter den Hot Wheels. Hot Seat. Nein. Kompletten rechten Oberarm habe ich einen Koi-Drachen. Also, ne. Did she just... Ist sie einfach gerade zu mir gekommen? Hat mich doof angeguckt und ist wieder gegangen? She's coming for seconds. Is she gone? Oh god. Wir haben die... Es ist... Nein, hör auf. Stopp. Finde aber schön, dass das Spiel mir das sagt. Ne, in die Spoil Zone will ich nicht. Die Spoil Zone ist scheiße. This is just a one-night bloody monster. Hold on. This is how you fast travel? You fucking get piss drunk. I fucking love this game. Nichtsdestotrotz. Du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Vuga. Vuga? Vuga! Vuga! Wieso habe ich das Gefühl, dass wir jetzt hier einen fucking Bloodborne-Boss vor uns haben? Oh, Nunu-Nunu-E. I'm just gonna leave. Nunu-E. Come, Nunu. Yeah! Oh, ich... Oh, ich komm den holen. Ich fang ihn ab. Ich fang ihn ab. Ich fang ihn ab. Ähm... In der Ahnung. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So Leute. Bye.